So, der nächste Tag ist angebrochen. Wir sind weiter Richtung Dubai. Heute auf dem Plan stehen drei Parks. Der erste davon, das Legoland. Andi war noch nie im Legoland. Ich kenne zwei oder drei. Es steht eh überall derselbe Driss. Ich gehe mal nicht davon aus, dass wir lange brauchen, aber keine Ahnung. So, ich bin mal gespannt, was ich erwarte. Miniland soll ganz cool sein, mein Marco. Miniland, immer das Beste im Legoland. Wer das auslässt, war nicht im Legoland. Genauso wie, wenn man nicht im Märchenwald war, war man nicht in Heftelig. Aber eigentlich willst du nur einen Bollywood tragen. So, hinne. So, wir sind 15 Minuten im Park. Sind beide Achterbahnen gefahren. Dragon Apprentice. Ich glaube ein kleiner Zierer. Ganz süß. Und jetzt gerade hinter uns den Dragon. Die Standardbahn, die man auch unter Feuerdrache kennt. Aus dem Legoland Deutschland. Ist halt sehr cool. Dark Ride Part. Cooler Achterbahn Part. Aber irgendwie hier in einem schlechten Zustand. Ausleuchtung scheiße. Andi sagt, rüttelt wie Sau. Ganz hinten. Ja. Ist ganz nett. So, jetzt gucken wir uns eigentlich noch die beiden Dark Rides an und dann sind wir eigentlich auch schon wieder weg. Legoland. Das ist echt groß. Oh, das muss ich jetzt immer mehr sehen. Ich hab's. Ah, ich hab's. Man ist auf der Wartung mal. Ich hab's. Oh, was nicht los? Ich hab's. Ah, ich hab's. da vorne boah, da war ein echter Halt 180 km 20. 16.ade 16. 1. Oktober So, anderthalb Stunden später und schon Abschlussworte zum Legoland. Wir sind noch gefahren Lost Kingdom Adventure, der kleine interaktive Dark Ride, quasi so ein so oval, ja ist ja ganz nett, ganz süß. Highlight Attraktion definitiv, Submarine Adventure hieß es glaube ich, so eine kleine U-Boot-Fahrt mit Fischen und ganz cooler Gestaltung. Auch wenn es sehr kurz ist, aber sehr sehr cool. Ja, das Miniland fand ich jetzt eher ein bisschen enttäuschend, da war irgendwie alles zum selber auslösen und das meiste hat auch gar nicht funktioniert und kein Wasser und irgendwie fand ich die... Ja, so ein bisschen dieblos, genau. Ja, weiß ich nicht. Ja, Stunde 15 waren wir jetzt glaube ich im Park oder anderthalb und jetzt wechseln wir rüber zum Motion Gate. Legoland nimmt man mit, ist halt eh hier im Resort, also ja. Ja, der Drei-Tages-Pass war ja nicht teurer als jetzt irgendwie Zwei-Tages-Pass. Eben. Also Lego kann man machen, muss man aber nicht. Eben. Ja. Feuer , bombardier